Ja, ja, ich hab, äh, ne 347er Shotgun, womit du zweimal schießen kannst. Ja, damit machen wir den was, oder? Mit ner Doubleberry will er hier machen, Alter. Wie ist Ascendant? Egal, Digga, wir machen mit dem Mörder gleich mit 89er auf die Tuse, warum nicht mit dem Ichi? Oh, du bist ein Megalodon. Zeben doch ganz viele Astro-Propopse. Wie Vos-Fight-Fahrt, oder nicht? Oder sag, bevor du den geküllt haben, läufst du in deren Rex rein und sagst, danke, thanks for Vos-Guys. Oder soll ich ihn töten gleich, was er nicht bekommt? Das ist unser Neuer mit Lennart, der ist mit einem interessanten Setup tatsächlich geschafft, in die Situation zu kommen. Er hat sich gerade in einem Alpha-Root-Mutter-Fight teleportieren lassen. Wie willst du den töten? Der, der, da ist ein Player, der ist naked, der ist one-hit mit capped. Ja, na, töt ihn nicht während der Boss-Fight, töt ihn so am Ende. Ja, dann facken die sich aber bei mich ab. Und Free Element, wie viel gibt Alpha? Hab den Spieler getötet. Oh, shit, du bist es. Ich hab Prank-Straw gespielt, mein Vater. Weil ich hab Narko-Pfeiler. Ich betäub dir, Alp, erzählen die. Hey, ist so, ich bin schon dabei. Weiß ich, Element, ich will das Element haben. Hä, Digga, das war der leichte Boss-Fight-Weiter, wir müssen kein Boss-Fight mehr zusammenfahren. Digga, er ist gerade so safe abgefragt. Ach, wirklich? Ich glaub nicht. Ich glaub, der freut sich. Du bist ein Boss-Fight einfach bekommen, Digga. Und wir können mal rutsch einfach bringen. Ey, 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 bin. Ich glaub, der freut sich für dich. Hä? 5,6 K Element. Hast du du das bekommen? Ja. Oder war das in der Brutmutter? Ja, das war in der Brutmutter. Digga, ich glaub, der freut sich für dich, Frau Maschi, dass du jetzt in der Boss-Fight hast. Ja, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Der hat alles dahingestellt. Hast du Slash-Upload 1 gemacht? Nein. Digga, musst du... Ja, musst du früher sagen. Ich komm doch selber mit Strau. Egal. Das Ehle bringt mir jetzt nicht mehr was, Digga. Ich muss einen neuen Boss-Fight-Fight haben. Sag ihnen, okay. Sag, okay, you'll get your Ehle back. Und dann machst du so... Oder so, schreib rein, why are you killing me? Attack-Chainy zu holen. Dank Lennart hatten wir einen Replicator ja schon. Und irgendwie krieg ich's nie hin, Fallschirme mitzunehmen. Möder. Schreib. Schreib-Mission, okay. Jungs fliegen. Ein harter Möder. Niro, wo bist du? Ach, da bist du. Wieso teutis? Ich bin den Obo-Obo-Nenvert. Ob den? Äh, Lennart. Setz dich jetzt einmal auf mein Tuso rauf, dass du ein bisschen Stamina rackst. Wollen wir den direkt auf Alpha runnen? Äh, nein. Okay, ich hab Alpha gestartet. Okay. Wenn wir das verkacken, ja, alles wie ihr euch wollt. Ne, was wird der Arkel. Die Tuses sind halt nicht gut, aber... Die Tuses werden direkt sterben. Wir haben das ja auch mit einer mit 80k-P-Tuses. Steiger. Steiger. Nicht aufsteigen. Nein, die ist warm mit der Quero. Die ist warm mit der Quero. Aber ey, aber aufpassen. Nicht, dass wir am Ende nicht reintippigt werden oder so. Okay. Dann haben wir doch... Uh. Leck. Nein, ich bin drin. Ich auch. Okay. So, der Chips ist gemein, jetzt töten mich. Sollen wir den Bossfight abbrechen? Abruf. Abruf. Erschall sich. Hilfe. Warum kann ich Missionen nicht abbrechen? Paa vielleicht, weil das ein Bossfight ist. Ja, sonst lass dir boxen, oder? Digga, ich bin im Strudel gefangen. Digga, ich bin natürlich der Pidget Spiller, Digga. Ich hab auf der gegenüberliegenden Insel einen TP und ein paar Spieler gefunden. Diese Situation entwickelte sich ziemlich schnell in eine interessante PvP-Situation. Ich hab wieder Bock die Kühe mit dem ganzen Server Stress anzufangen. Ich nicht so klar. War ich hier jemand rein-TP oder ist hier jemand raus-TP? Oh, ich werd gesniped. Hab ihn pickt? Jetzt hoch, hoch, hoch. Er macht mir gar kein Damage. Ich hab Cap-Sattel drauf. Wo bist du denn? Ja, ja, gegenüber der Insel. Er macht mir gar kein Damage. Wirklich. Passt auch nicht, dass wir nicht TP. Ja, TP, TP. Ab mich. Hast du hinter dir? Ja. Ab ihn. Hoch, hoch. Er muss. Er geht jetzt mit dem TP. Nice. Nice. Hä? Ich wollte pick, ich wollte pick, ich wollte pick. Äh, netten. Netten, netten, netten. Kann nicht sein. Ja. Da snipe wieder einer vom TP aus. Deine Weibern. Die landet ab jetzt. Alles gut. Der TP ist ja richtig shit. Der, die will von der Stripe. Ich wollt, ich wollt nicht. Okay. Komm her an, der Latte. KC, KC, KC. Okay, da kommt ein Put-Player raus. Nice. Drop ihn. Grab ihn runter, grab ihn runter. Hab ihn. Ja. Nice. Drop ihn, drop ihn, drop ihn. Er ist schon gedroppt. Ich weiß nicht wo. Er rennt zu seiner Weiber wieder. Hier ist noch einer. Er hat dich nettet, ich hab ihn pickt. Er pumpt mich. Weg. Er will mich bohlen, denke ich. Keine Ahnung, was er war. Nein, 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 nein. Ich fliege ihn mit daher. Ich versuche ihn zu picken. Der Text tut das richtig shit, ne? Was ist das, kannst du wieder? Der Typ war U-Sgo gemacht von mir. Er hat mich runtergedeckt. Haben wir da eh dann in der Base? Haben wir da eh dann in der Base? Ja, haben wir. Ist das voll gehealt? Ja, das heißt, das hat Full-Foot halt. Ja, ja, das brauche ich. Ich verwende es jetzt, ne? Ich bin nettet. Bei mir zwei Player. Einer kommt mit Ember. Einer kommt mit Ember. Ja, ich bin weg. Die ist low schon. Versuch einen Player zu picken. Wenn du sie fließt, kriegst, wär schon Barber. Ja, der bei mir lag ist. Ja, die Ember macht mehr Damage als mein Leben. Ja, oh mein Gott, mach dich viel damage. Einmal beide, hab einmal beide, hab einmal beide. Digga, die macht so viel damage. Ich bin echt, ich geh down, digga. Ich bin so low. Der will jetzt die mit P.T. noch irgendwas reißen. Ah, der P.T. weiß ich nicht, digga. Hab ich Angst. Mit Margie. Ja, kommst du mir? Kommst du mir? Ich würd, ähm, meine Wahlwaren ist halt übers Low. Wollen wir kurz, wollen wir kurz zwischen? Ich komm gleich, ne? Also kommt her, ich kann euch, äh... Wo bist du? Ich bin in Base. Ja, ich bin auf, ich bin nach 900 auf B. Wollen wir Richtung Base, aber halt nicht, dass die kommen, digga. Die haben halt mehr Stuff als wir, digga. Die werden uns dann halt für Hardcore bringen. Ja, das hört mich zum Base-Log, du wartet. Ja, ich bin, ich bin weg. Ja, also P.T. hat mich fickt. Ich muss kurz meinen Fiech. Du warst so wichtiges Shit dabei, falls du in Not verstirbst, oder? Du bist alleine. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, digga. Ich grippe mich weg. Ich hab so viele Momente, digga. Ich werd nach Kambukistan geschleudert, digga. Ich hab mich re-cutt und wir haben eine kleine Pop mitgenommen. Ja, ich seh euch, ich seh euch, ich seh euch. Ich muss mich runterpicken, den Mana-Spieler. Wer bist du? Welcher? Bist du der Rot oder Weiße? Der Weiße, ich bin der Weiße. Ja, okay. Der hat eine Patience schon drauf, dein Mana macht tiefen Metamil. Grab, grab, grab. Ja, ist weggejumpt. Direkt vor mir, direkt vor mir, komm her. Ja. Worldplayer? Ja. Ja, sehen. Zwei, hier sind zwei. Warte. Digga, ich krieg ihn nicht gepickt. Was ist das? Bei mir ist ne Vivern. Ich hab rechts drin gedrückt. Ich hab wie die Spielen. Der Mana ist hier. Hab den Mana pekt? Die sind zu viele. Die sind zu viele. Hab den Mana noch gepickt. Ja, ja, block ihn weg. Bring ihn weg. Bring ihn zu mir. Bring ihn ein bisschen zu mir. Scheiße. Er ist runter. Das trifft ja nicht los. Tutor hier. Bei mir. Leonard, Mana. Was macht der? Hä? Wie war das kein Pik, Digga? Ja, ich kann ihn noch nicht nennen, ne? Er ist tot. Gut. Gut, du hast ihn auch mitgehabt. Hast du Bat-Rabs mit Kero? So mitbringen? Ich hab, ich hab, ich hab Bat-Nissing geplaced. Ich hab die, ich take all die Kits. Oh mein Gott, Digga, die sind so fett. Willst du einmal versuchen zu Diffen oder so, und einmal das zu save alles? Soll ich? Also die haben Heavy, äh, Febbies. Die kommen mit Tech-Racks. Eigentlich? Ja, Tech-Racks vorne. Ja, du musst hier runter pricken, ne? Ich versuch's. Ja, aber du musst ihn in der Tab lenken. Komm mal. Ich geh für den Pik, ich geh für den Pik. Hab, hab den Pik gemisst. Schlecht und arg bin. Hab ihn wieder gemisst. Wie, der Quere soll ich? Digga, ich krieg's nicht. Ich kenn jetzt noch ein zweiter Player, ne? Das sind zwei. Nein. Nein, die haben uns back gewusst. Jetzt kommen die mit Stego. Ja, netten einfach. Weil ich... Hast du ihn jetzt? Ja. Okay. Lett ihn. Wenn er kommt, ich versuch ihn dann drunter zu picken wieder. Perfekt zu picken irgendwie. Bleib vorne. Ich versuch... Ich komm von hinten und pick jetzt den Rexrider, okay? Ja. Ja. Ich lenke die bisschen ab. Ich versuch den Stego. Hab ihn picked. Nice. Ist in den Turrets. Er cried in Stego. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Ich hab den anderen Player. Einer left, einer left, einer will Rocket run. Hier, direkt hier. Hab einen. Letten, letten. Ich hab... Egal. Nice, that's dead. Egal. Heavy is dead. Oh my god, der Transmitter, alles im Impft, Digga. Ehh, halbe Pop. Teri, ja. Ehh, der halbe... Soll ich den Teri poppen? Wer ist... Wer ist... Das ist Römisches Reich, Leute. Das sind die Dingscape, Leute, ne? Das ist, äh, Crouch Cave, Leute. Wir legen uns grad mit dem Alpha... Wir fighten grade mit dem Alpha Tripop-Server. Die Leute vom Römischen Reich hatten den stärksten Spot auf ganz Lost Island. Die Jungle Crouch Cave. Es war quasi unmöglich für uns die zu wipen. Zusätzlich hatten sie draus noch einen fetten Tower stehen, was es nicht grade leichter gemacht hat. Aber im PvP waren sie trotzdem nicht die Besten. Einer kommt... Einer... Einer wird... Warte, ich... Er kommt raus. Er geht noch rechts. 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 Ja. Digga. Ich bin... Du musst ihn picken. Die holen den Rex rein. Ja, du kannst ihn trotzdem noch picken. Du kannst kurz zocken. Die machen nicht viel damage. Hab ihn pickt. Hab den, hab den. Drop ihn zu mir. Drop ihn gleich zu mir. Ich bin so... Hier, ich hab ihn gedroppt, ich hab ihn gedroppt, ich hab ihn gedroppt. Hab ihn netted. Oh mein Gott, ich bin so eine Maschine. Ich bin so eine Maschine. Warte. Hab ihn. Nice. Also von der hinten, ihn direkt runterzugraben. Den Rex. Ja, den Rex. Den Rex. Nur den Rex. Grab den Rest. Ist egal. Ja. Hab ihn. Ja. Drop ihn in die Turrets. Drop ihn in die Turrets. Er hat überlebt. Er hat überlebt. Wir müssen nochmal. Ja. Er ist hier erst drauf, ne? Ja, er ist drauf. Ja. Optimist. Digga, was. Ja. Ja. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Ja, er grabelt sich da drunter direkt. Pack mal die... Pack mal den Shilgun die Turrets rein. Ja, ja. Ah, der hat ihn losgelt. Ja. Er hat genettet jetzt. Oh mein Gott. Versuch. Einer mit Pete. Einer mit Petri. Einer mit Petri. Was? Hab ihn. Bolat. What the f... Okay. Er rennt mir grad auf den Teri hinterher, digga. Was? Er hat mich weggeslyped, digga. Was? Wo der cirk hüter wird. 2A. VOW HYTTAP. Einer mit' Hy fireplace. Hatos. Vielen Dank.